Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Annas Quest. Ich muss zugeben, ich habe schon wieder gespickt, was wir tun müssen und ihr glaubt es nicht, was wir tun müssen. Also so, so dramatisch ist es eigentlich nicht. Ich hätte bloß nicht gedacht, dass es das ist, was wir tun müssen. Bla 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 bla, die Szene hatten wir ja schon. Wir müssen tatsächlich wieder in den Keller hinunter und wir sollen die Wäscheleine mit dem Mechanismus verwenden. Hmm, if I manage to get this tied to part of the Mechanism, then maybe, maybe I could have a pulley system, use the clothesline to pull open the trapdoor, and if I run the other end upstairs, I can use it as a lever from there. Alright, now let's see, maybe if I try using Telekineminius to get the rope tied up there. Yes, perfect. Done. Now really, that's pretty impressive, if I do say so myself. Now the trap is set. I can easily open the trapdoor upstairs by pulling on the rope. I just have to wait for the right moment, and the witch is as good as trapped. Okay, dann machen wir nochmal das alles, was wir jetzt schon zweimal gemacht haben, nämlich klopfen wir in die Hexentür. Und ich klicke erstmal weg, weil wir es halt auch kennen, bla bla bla, meine Schwester und so weiter. Ja, komm rein, ich bin total hungrig. Bla 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 bla, wir machen das, was ihr will, wir setzen uns direkt drauf. Ja, 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 sie zieht jetzt den Hebel. Bla bla bla, funktioniert nicht. Und das ist der Moment, wo wir an diesem Seil ziehen. Okay, wir kommen also nicht an das Buch ran. Kann ich das mit dem Schutzzauber irgendwie? Okay, kann ich den jetzt den Vogel haben? Okay, dasselbe wie erst. Habe ich noch die Schlüssel, ne, habe ich nicht. Der Ofen? Wir brauchen jetzt die Hexe nicht mehr reinwerfen, die ist ja jetzt schon, die ist ja jetzt schon, dingsig. Was ist hier in dem Topf? Kann ich hier was machen? Okay, ich kann damit nichts machen. Ah, ouch. Hm. Fuhle mich mal. Schade auf dich. Fuhle mich mal. Fuhle mich mal. Fuhle mich mal. Ich glaube, ich muss mehr über dieses Spell herausfinden, bevor ich das Buch bekomme. Etwas mehr über den Bandspruch rausfinden, kriegen wir das raus, indem wir sie hier unten befragen, eventuell. Neue kleine Maus, hallo. Child, let me out! Let me out! No, you wicked, wicked person. You're never getting out. Oh, but... 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 but I'm not wicked. I clearly heard you say you would eat us. You sang about it, actually. Let me out! Let me out! Let me out! Sigh. Talking to this one is going to be tricky. What spell did you put on the book? He he he. Like I'll tell you, you wretched thing. You'll never have my book. Never! Kikiki! Hmm. I'm going to regret this, I think. But... what if we make a deal? Hmm? I'll promise to let you out, if you promise to let me have the book back, and... Hmm? And promise to stop kidnapping children. Hmm... no! My book! Not talking to you anymore. Go away! But... but you'll starve in there if I don't help you out. La 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 la! Not listening! Why do you have to kidnap all these kids, anyway? They never did anything to you. They get hungry! Not my fault they come nosing around where they shouldn't be. Well... it is your fault if you trap them, and... uh... eat them. Ehhh... ehhh... No comment! Next question! I've dabbled in protection spells a little bit. Do you think I could figure it out? Cut! Fat chance! You couldn't hope to know half the spells I know! Never! Like some rotten child knows more about spells than me, stupid little riss-frescent rebel-rubble. Ah... you're right. No one could ever be as great a witch as you are. Exakt! Du! Warte! Ich sehe deine Tricks, rotter Kind! Ich bin nicht für sie! Ich bin nicht! Hm... Vielleicht nicht die richtige Richtung. Eine Hexe größer, wenn du mir den Spruch nicht verrätst, dann! Ich bin jetzt auf deiner Seite und das bringt nichts. Wenn du mir nicht den Spruch nicht erzählst, dann ich... Ich... ...draue all over deine Wallen und Crayon. Ha! Wenn du etwas wie Grandpa bist, dann wird dich wirklich verrätst. Eh... Eh? Like stupid rotten children won't do stupid rotten things anyway. Uh... Hm... Ich bin nicht sehr gut an die Making Threats-Thing, ich denke. Ich bin auf deine Seite, du. Ich verstehe. Ich liebe Kinder, auch. Eh? Sie sind die Schmerzen. Sie sind die Schmerzen. So annoying, right? Wenn ich mein Weg hätte, dann würde ich nicht mehr als Kind sein. Ich kann nicht warten. Ja, aber... Du bist ein rotter Kind. So deal mit es. Ich wünsche... Ich wünsche... Ich wünsche dir einen Tag, ich wäre ein tolles und intelligenter Witch wie du. Ha! Wie ich? K-k-k-k. Das ist unmöglich. Du wirst nie so groß sein als ich. Niemand wird... Ich habe gerade auf meiner eigenen Hose gestanden, das musste ich mal kurz korrigieren. Ich bin jetzt auf deiner Seite. Hat nicht geholfen. Spruch nicht verrät. Größe erreichen. Mein Bauch hat gerade geknurrt. Mit welchem Spruch hast du das Buch belegt? Kurzes Zaubern herum experimentiert. Ist es die richtige Reihenfolge, die wir machen müssen? Hm. Das ist nützlich. Ich werde nie das Schmerzen von dir ausbekommen. Hihihi. Ich habe dir so gesagt. Nie, nie, nie. Okay, ich denke, es ist die Reihenfolge, in der wir es machen müssen. Muss ich hier sowas hier vielleicht zeigen? Nein. Okay, das hier zeigen. Okay, bloß damit wir das mal durch haben. Okay. Okay, 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 okay. Wir versuchen es nochmal. She won't be kidnapping any more kids from in there. Serves her right. Hm. Hm. Wie macht's den Sinn? Hm. Hm. If you don't tell me the spell, then I'll... If you're anything like... Like stupid rotten children. Hmm. I've dabbled in protection. Ha! Then you couldn't hope to know half the spells I... Like some rotten child knows more about s... Hm. Maybe not quite the right approach. Okay, also doch eine andere Reihenfolge irgendwie. Okay. Und wir fangen mal an mit welchem Spruch. Do you remember this? Of course I do. It was... Wait. Huh? No. Not falling for your cunning little rotten children tricks. Hm. Dang. You'll never have my book. Never. Okay. 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 Ich weiß sie jetzt. Wir sind's nacheinander. Er ist durchgegangen schon, oder? Du wirst niemals mein Buch haben. Dann drohen wir hier mal. If you don't tell me if you're any... Äh. 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 Wir sind nicht so gut im Drohnen. Jetzt machen wir das. Ha. You couldn't hope to know half the spell like some rotten child. Du wirst niemals so viele, halb so viele wie ich. Dann niemals so eine Hexe wie du. Exactly. Moment. I see your tricks rotten. Nicht die richtige Vorgehensweise. Mensch, jetzt sag ich, ich bin jetzt auf deiner Seite. I'm on your side, you know. Eh? If I had my way, I wouldn't... Yes, well... I just wish... Ha! Like me, you'll never be as great as... Niemand wird so großartig sein wie ich. Dann nehmen wir das nochmal. Exactly. See, you're finally getting it. For a dirty rotten good for nothing child, you're not completely stupid. If you keep at it, you could at least be a slightly not completely terrible witch. Maybe. Okay. Okay. Niemand so eine Hexe. Was war ich das jetzt? Keh, keh, keh. Figure it out. You're starting to see how great I am. What do you think? No, it's true. I admit, you're just way too good a witch. There's no way I could hope to know such brilliant spells as yours. Right. Exactly right. I remember everything in my clever clever brain. And no one knows except me. Hehehe. In your clever clever brain. Und niemand weiß es aus der See. Ähm... Ich könnte selbst da was finden? So ein... Muss ich jetzt ihr drohen? If you don't tell me if you're anything like Grandpa. Ehhh... Like stupid rotten children. Äh... Okay, das war's halt nicht. Und jetzt hier? I'm on your side, you know. Ehh? If I have my way... Yes. I just wish... Ha! Like me? You'll never be... Okay, das war's nicht. Do you remember the... Of course I do. Okay. Hm. Hm. You'll never have my... Okay, ich hab's grad wieder kaputt gemacht. Ähm... Schutzzauber. Hm. Hm. So, jetzt denk ich, es kommt das Seufzen. Hm. I see your tricks rotten. Hm. Maybe not quite the right approach. Okay. Wie hab ich's denn grade eben gemacht? Haben sie, glaub ich, zuerst gefragt, ne? Do you remember the... Ah, of course I... Hm. You'll never... Dann... Ist es jetzt schon das? Ah, exakt. I see. Hm. Nicht die richtige Vorgehensweise, dann... Und ist das auf deiner Seite? Eh? Truly, if I have my... Yes. I just wish... Ha! You'll never be as great as being a witcher. Ah, niemand wird so großartig sein wie ich. Genau. Jetzt nehmen wir... Niemals so deine Größe erreichen? Ah. See. For a dirty rotten good for none. If you keep at it, you could at least be a... Keine völlig nutzlose Hexe. Jetzt finde ich, klingt das hier gut. I've dabbled in... He, he, he. Figure it out. You're starting... No, it's true. I admit, there's no way I could hope to know such brilliant spells as yours. Right. Exactly right. I remember everything in my clever, clever brain. And no one knows except me. He, he, he. Niemand sonst wird es nachvollziehen. Jetzt auf deiner Seite. Was ist jetzt das? Do you remember the spell... I bet it was something way too clever for me. Oh, of course it was. Spellbook, spellbook. Dost thou see? The best recipes for children are bound within thee. There's not a cookbook or... Hold on. Ah! Wait! No, no, no! Ah! Curses, curses, curses! Well, whatever. You didn't hear it all, so it's useless. So, ha! I'm never talking to you again and you'll never hear the rest. So, jokes on you! Ah, stupid rotten children. Think you're all so clever, you stupid little... I'll eat you all. Sure you. This could be enough. I'll see if the sorceress knows the spell from just this bit. Die Zauberin? Also, gehe ich erst zur Zauberin und frage die, oder was? Oder kann ich jetzt hier schon irgendwas testen? Ah, hmm. I think I need to find out more about this spell. There it is! So near, yet so far. Okay, anscheinend müssen wir wirklich erst zur Zauberin. Dann gehen wir mal zurück in die Stadt, würde ich sagen. Und gehen in die Gasse. und reden mal mit ihr ne Runde. Der Rose, das Zauberbuch, weißt du was über den Schutzzauber, genau. Do you know anything about protection spells? What? Well, uh, yes, of course. But what are you asking about that for? It's just, well, I found your spell book, but it's protected. You see? Oh. Oh, you mean that spell. Yes, yes, of course. But it's complicated. Of course it is. This is a chant based spell. A chant to set it and a chant to break it. One chant cannot be broken without knowing the one that came before it, see? Oh, I do see. Oh, I do see. And you don't know the one that came before it, do you? Uh, no. No, I don't. Hmm, well, you got the book into this mess, you get it out. Y-yes, miss. I'll try. I think I might know at least some of the chant if that helps. Spell book, spell book, dost thou see? The best recipes for children are bound within thee. There's not a cookbook or… And that was it. That's all I could get from her. Oh. Ha! Oh my. So simple. Though I should have expected as much from a mere millwitch. It's an owner's enchantment. Meaning it has been given the mind to look after the millwitch. You just need a chant to remind it of why it should be helping you instead. Oh, really? I have to make the book feel bad for me? Uh, sure. Something like that. The chant to break it is as follows, so listen close, child. Spell book, spell book, dost thou see? My cursed grandpa is waiting for thee. There's not a more powerful spell book in sight. Teach us the cure from your pages so white. That's it. Speak those words and the book is yours. Oh, okay. Got it. I think… I best get looking for these objects, then. Um. Yes. Okay. I'll see you soon, then. With the objects. Okay, then. Okay, then the whole way back to the millwitch. Also, so weit ist es ja nicht, sind ja nur ein paar Klicker da. Deswegen gehen wir mal hin und versuchen, ob wir den Spruch jetzt einfach nennen können. Right. Let's see if this works. Ahem. Spell book, spell book, dost thou see? My cursed grandpa is waiting for thee. There's not a more powerful spell book in sight. Teach us the cure from your pages so white. Aha! Success! And there I was, the band of thieves all around, their eyes on the royal jewels. Oh, yes, I see. Wow, you sure are brave. And just then, as I raise the sword, light glinting bright off my steel… Sir, there you are. Well, no, wait, this is the best bit. It's the girl, sir. She's been spoilt. What? Where? Sir, one of the villagers. They say they've seen her walk into this very town just this very night. By the stars. Right under our notice. The Nurb. And the Bear Man. No sighting, sir. I will keep asking around about both of them, sir. Well, maybe it's a good idea to see if they've left the village. Because if I was them… But I'm definitely not. Definitely not. Well, that's what I'd do. Run away. Far away. That is good of you, kind sir, to offer your simpleton assistance. This is a matter for the great minds of the royal guards. Is it not? Sir, exactly right. As always, sir. We'll hop to it. Back to the nitty gritty, man. Let's root out those dastardly rapscallions once and for all. Oh, hurry, Anna. And so not only did I put an end to her catching kids now, but I also got the book. Yes, wouldn't want any more kids captured, would we? Pardon? No, nothing. It's a great good you've done, sure. So two down, one to go. If you wish to discuss the last one, hurry up about it. The sooner you get the last item, the sooner we can save your grandpa. Ne, ich denke, das wissen wir mit der Rose. Wir fragen nochmal, vielleicht sagt sie was Neues, aber ich glaube nicht. What did you say about the Rose again? An enchanted rose from the tops of glass mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would no more on the legend. Wow, a dragon. Alright. The minister at the church. I best get looking for these objects then. Um, yes. Okay. I'll see you soon then, with the objects. Okay then. Okay, liebe Leute. Wir haben... Wir müssen... Oh, ja. But... Okay, sie weiß immer noch nicht, welche Veranlassung dafür, damit wir das dort leuchten sehen. Wir haben die Noten aufgeschrieben. Und... Wir sollen mit dem Pfarrer in der Kirche sprechen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir müssen ja irgendwie die Noten noch übersetzen. Aber... Irgendwas müssen wir ja auch mit der Laterne machen, damit das durch die Kirchenfenster in die Kirche leuchtet. Ich würde sagen, das versuchen wir in der nächsten Folge irgendwie rauszukriegen. Weil wir sind jetzt schon bei fast 23 Minuten angekommen. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Bye-bye!